Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-kenner.de. Hier ist wieder der Adam und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Julius an. Dieser hat über Interactive Brokers geschrieben, welchen er mit fünf Sternen bewertet hat und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Interactive Brokers im Test. Der Forex-Markt, auch als Foreign Exchange Market bekannt, ist ein globaler Markt, auf dem Währungen aus verschiedenen Ländern gehandelt werden. Die Wechselkurse auf diesem Markt sind äußerst volatil, was die Möglichkeit bietet, durch geschicktes Handeln Gewinne zu erzielen. Um am Forex-Handel teilzunehmen, benötigt man einen zuverlässigen Broker, der den Zugang zum Markt ermöglicht. In diesem ausführlichen Erfahrungsbericht werde ich meine eigenen Erfahrungen mit Interactive Brokers teilen und dabei auch die Meinungen anderer Internetnutzer berücksichtigen, die diesen Broker bereits nutzen. Was ist Interactive Brokers? Interactive Brokers ist ein international renommierter und beliebter Broker im Bereich des Forex-Handels. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Greenwich, Connecticut, USA. Mit Niederlassungen und Kunden auf der ganzen Welt ist Interactive Brokers eine etablierte Größe in der Branche. Die Plattform bietet nicht nur Zugang zum Forex-Markt, sondern auch zu einer breiten Palette von Finanzmärkten, darunter Aktien, Optionen, Futures, Devisen und mehr. Zugang zu über 135 Märkten bei Interactive Brokers. Interactive Brokers bietet eine breite Palette von Handelsinstrumenten, darunter Devisen, Aktien, Optionen, Futures, Anleihen, ETFs und vieles mehr. Mit Zugang zu über 135 Märkten in mehr als 33 Ländern haben die Nutzer die Möglichkeit, in verschiedenen Vermögenswerten zu diversifizieren und ihre Handelsstrategien zu optimieren. Die breite Palette von verfügbaren Instrumenten macht Interactive Brokers zu einem attraktiven Anbieter für Trader, die auf Diversifikation setzen. Die Trader Workstation bei Interactive Brokers Interactive Brokers bietet eine Auswahl an Handelsplattformen, darunter die eigene Trader Workstation, TWS, die als leistungsstark und vielseitig angesehen wird. Die TWS ermöglicht eine umfassende Analyse, individuelle Anpassungen und eine schnelle Ausführung von Trades. Zudem können Nutzer die benutzerfreundliche Web-Trader-Plattform verwenden, die keinen Download erfordert und sich gut für Anfänger eignet. Mobile-Anwendungen sind für iOS und Android verfügbar, was es den Benutzern ermöglicht, auch unterwegs zu handeln. Aufsicht bei Interactive Brokers Interactive Brokers legt großen Wert auf Sicherheit und Regulierung. Das Unternehmen ist an verschiedenen Börsen notiert und unterliegt der Aufsicht mehrerer Finanzbehörden, darunter der US Securities and Exchange Commission SEC und der Commodity Futures Trading Commission CFTC. Die Kundengelder werden in segregierten Konten gehalten, um sicherzustellen, dass sie im Falle von Zahlungsausfällen geschützt sind. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, das Vertrauen der Nutzer in die Plattform zu stärken. Wettbewerbsfähige Gebühren bei Interactive Brokers. Die Gebührenstruktur bei Interactive Brokers kann komplex sein und hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Handelsvolumens und der Art der gehandelten Vermögenswerte. Es gibt jedoch oft Lob für die wettbewerbsfähigen Gebühren, insbesondere im Vergleich zu anderen Brokern. Interactive Brokers Paper Trading Paper Trading bei Interactive Brokers ist eine wichtige Funktion, die es den Nutzern ermöglicht, in einer risikofreien Umgebung mit virtuellem Geld zu handeln. Diese Funktion bietet eine realistische Handelsumgebung mit Echtzeitdaten, was sowohl Anfängern als auch erfahrenen Tradern hilft, Handelsstrategien zu entwickeln und zu testen, ohne echtes Kapital zu riskieren. Fehler können gemacht und aus ihnen gelernt werden, ohne finanzielle Konsequenzen befürchten zu müssen. Der Übergang vom Paper Trading zum Live-Handel ist nahtlos und erleichtert es den Nutzern, ihre Fähigkeiten und Strategien erfolgreich in den Live-Handel zu übertragen. Insgesamt ist das Paper Trading eine äußerst nützliche Funktion zur Entwicklung von Handelskompetenzen und zum Vertrautwerden mit der Plattform. Fazit zu Interactive Brokers Interactive Brokers ist eine etablierte und zuverlässige Plattform für den Forex-Handel und andere Finanzmärkte. Die Meinungen im Internet spiegeln die Vielseitigkeit und Stabilität der Plattform wieder, obwohl Anfänger möglicherweise eine steilere Lernkurve erleben. Die breite Palette von Handelsinstrumenten, die Sicherheitsmaßnahmen und die wettbewerbsfähigen Gebühren machen Interactive Brokers zu einer beliebten Wahl unter professionellen Tradern. Insgesamt ist es wichtig, ihre eigenen Anforderungen und Kenntnisse zu berücksichtigen, bevor sie sich für Interactive Brokers oder einen anderen Broker entscheiden. Interactive Brokers bietet umfassende Möglichkeiten und Ressourcen für Trader, die bereit sind, Zeit und Mühe in ihre Handelsausbildung zu investieren. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war euer Adam von produkt-kenner.de